Also du bist die Neue. Dann zeig mal, wie du aussiehst. Geht ja. Und dreh dich mal um. Aber die Frisur muss ordentlich verwerden. Es muss alles rein. So. Was zittern zu dir? Bist du jetzt da nervös? Nein. Na dann ist gut. Manuela. Ich verlange absolute Ordnung. Ehe du hinuntergehst vom Schlafsaal, hast du dich bei mir zu melden. Schwarzen beim An- und Auskleiden ist streng verboten. Hast du mich verstanden? Verbot? Gut. Geh zu den anderen. Geh teolt? WLook- Geh teolt? Vielen Dank.